Seit Monaten ist die Hamburger Handelskammer in Aufruhr. Seit die Initiative Die Kammer sind wir angetreten ist, um die Institution der Unternehmer zu reformieren, von innen. Denn dort, so die Sicht von Die Kammer sind wir, betreibe die Führung Geheimniskrämerei, treffe Absprachen hinter verschlossenen Türen und besetze mit Taschenspielertricks die entscheidenden Posten. Jörg Schmidt-Trenz, der Hauptgeschäftsführer der Kammer, kann darüber nur den Kopf schütteln. Es ist schlechte Propaganda. Es ist in jeder Weise unhansiatig und unhamburgig. Und einer der führenden Propagandisten ist nach dieser Lesart Gregor Hackmack. Es ist doch sehr verkrustet, es ist etwas verstaubt, dass sich einige Leute doch sehr bequem gemacht haben in der Kammer. Hackmack ist 36 Jahre alt, sportlich, dynamisch, angriffslustig. Mitbegründer von Abgeordnetenwatch.de, Vorstandsmitglied im Hamburger Landesverband von Mehr Demokratie. Und neuerdings ist er auch neu gewähltes Mitglied im Kammerplenum. Als Mitglied der Gruppe Die Kammer sind wir. 13 aufmüpfige Unternehmer wurden im Frühjahr ins 66-köpfige Plenum gewählt. Eine Retourkutsche, denn die Spitze der Handelskammer hatte zuvor erfolglos versucht, das Hamburger Transparenzgesetz zu stoppen. Das garantiert allen Bürgerinnen und Bürgern Einblick in das Verwaltungshandel der Stadt. Wie laufen Ausschreibungen ab? Was kosten welche Baumaßnahmen? Mit wem wird über was verhandelt? Initiiert hatte das Gesetz unter anderem Gregor Hackmack. Als sich die Kammer im vergangenen Jahr dann auch noch gegen einen Rückkauf der Energienetze und damit gegen eine Hamburger Volksinitiative stellte, beschlossen Hackmack und seine Mitstreiter, die Handelskammer zu kapern. Annett Nack ist eine von ihnen. Die junge Unternehmerin plant das Interieur von kleinen und Großraumbüros, sitzt in Jeans und Polohemd am runden Konferenztisch ihrer Firma, erzählt von ihrer ersten Sitzung im altehrwürdigen Handelskammerplenum. Was für mich interessant war, war zu sehen, dass ich schon in meiner ersten Sitzung über ein Thema abstimmen sollte, über das ich noch gar nicht informiert war. Dabei ging es um ein wichtiges, ein kontroverses Thema, um die Olympia-Bewerbung Hamburgs für das Jahr 2022. Am Ende enthielten sich die Neumitglieder und die alten Hasen der Kammer hätten nicht so recht verstanden, wo das Problem liege, meint Nack. Zumindest wurden wir mit der Gegenfrage beschieden, ob wir denn glauben, dass Frau Merkel über alles Bescheid wisse, worüber sie redet. Wir haben gesagt, wir hoffen, dass sie das tut. Ja, es war spannend. Genauso spannend findet Gregor Hackmack die Höhe des Gehalts von Jörg Schmidt-Trenz, dem Hauptgeschäftsführer der Kammer. Es wird gemunkelt, dass es so im Bereich 400.000, 500.000 Euro liegen soll. Ich weiß es nicht. Veröffentlicht wird bislang nur die Summe der gesamten 13-köpfigen Kammer-Geschäftsführung. 2,3 Millionen Euro müssen sie sich teilen. Mehr Transparenz soll es aber nicht geben, so Jörg Schmidt-Trenz, denn so handhaben es schließlich alle Handelskammern in Deutschland. Und die 400.000 Euro, stimmt die Schätzung? Danke der Nachfrage. Ich höre das zum ersten Mal. Kein einziger Hamburger Unternehmer hat etwas davon, wenn er das weiß. Kein Kommentar dazu. Im Übrigen solle die Initiative Die Kammer sind wir langsam ihren Wahlkampfmodus beenden und zur Sacharbeit übergehen. Jörg Schmidt-Trenz ist sich sicher, hinter dem Getöse stecken vor allem Parteigänger der Grünen, die im Zusammenspiel mit einzelnen Abgeordneten in der Bürgerschaft die bewährten Traditionen der Handelskammer aufmischen wollen. Ärger machte die Initiative auch, als Fritz Horst Melsheimer wieder zum ehrenamtlichen Präses gewählt werden sollte. Melsheimer hatte den Posten übernommen, nachdem sein Vorgänger als Wirtschaftssenator in den Senat gewechselt war. Neun Wochen vor dem Ende der dreijährigen Amtszeit. Nach deren Ablauf wurde Melsheimer wiedergewählt. Und weil die Satzung der Handelskammer bislang nur die einmalige Wiederwahl vorsah, wurde sie geändert. Vom alten Plenum, obwohl gerade vorher erst die Wahlen zum Neuen stattgefunden hatten. Es wäre so, als würde der alte Bundestag nach der Bundestagswahl noch mal zusammenkommen und das Wahlverfahren für die Kanzlerin ändern. Allerdings hat sich Präses Fritz Horst Melsheimer nicht um eine neue Amtszeit gerissen. Kein anderer Unternehmer wollte das Amt des Präses in stürmischen Zeiten übernehmen. Hauptgeschäftsführer Jörg Schmidt-Trenz gibt sich gelassen, hofft darauf, dass das aus seiner Sicht vor allem grüne Sperrfeuer nun langsam eingestellt wird. Und eine Kleinigkeit wünscht er sich noch. Die Tür, durch die er über einen Verbindungsgang von der Handelskammer ins Rathaus gelangt, Rücken an Rücken sind die beiden Gebäude errichtet, führt ausgerechnet auf den Fraktionsflur der Grünen. Darin sehe ich gar kein Problem. Ein Problem ist allenfalls, dass die Grünen ihre Mülltonnen vor dieser Tür aufgestellt haben.